Schiller Wohlmann ist wie jeder und doch ein bisschen anders. Neben ihrem Proberuf als freie Journalistin, betreut sie in einem privat gepachteten Stall. Drei Kamerun-Schafe und vier Pferde. Die Kamerun-Schafe, die Schiller Wohlmann von klein auf mit der Flasche aufgezogen hat, gehen an der Leine und die Pferde machen Kunststücke. Wie Twister, der gerne zeigt, wie toll er sitzen kann. Die enge Verbindung mit den Tieren zeigt auch das Quarter Horse Gatsby Jack von dem es für die Tiermama ab und zu ein Küsschen gibt. Schiller Wohlmann trainiert in ihrem Freundeskreis Pferde und ihre Reiter und switcht dann immer wieder zu ihrem Brotberuf, den Journalismus, zurück. Hallo? Ah, hallo, danke für den Rückruf. Ja, ich hätte natürlich euch gebeten, ein bisschen was zum Feuerwehreinsatz zu sagen, zu dem Brand, den ihr gerade hattet. Recherchen, Telefonate, Termine und dann geht es wieder ab auf die Weide zu den Tieren, die ihr die Kraft für den stressigen Job spenden.